Ja, hier links neben mir habe ich schon aufgebaut das Spiel Zug um Zug. Dafür braucht ihr 2-5 Spieler, ihr solltet 8 Jahre alt sein und schon mal gut 60 Minuten Zeit mitbringen. Ziel des Spiels ist es bei diesem Spiel die meisten Punkte am Ende des Zuges zu haben. Das könnt ihr erreichen, indem ihr entweder Bahnstrecken zwischen 2 Städte baut, indem ihr 2 Städte miteinander verbindet und damit dann eine Zielkarte erfüllt. Dadurch, dass ihr am Ende des Zuges die längste durchgängige Strecke habt oder dass ihr am Ende noch, wie es hier gibt in diesem Beispiel bei dem Europa, noch Bahnhöfe überhaupt. Ja, pro Zug hat jeder Spieler die Möglichkeit entweder 2 Zugkarten aufzunehmen. Zugkarten werden dazu benötigt und nachher Strecken zu bauen. Die Strecken sind alle farblich markiert und natürlich auch mit der Anzahl so viele Karten benötigt man. Es gibt graue Strecken, dafür kann man dann Farben einsetzen, die man möchte. In dieser Version kam jetzt noch dazu, dass es Fähren gibt, wofür auch Zugkarten und nicht nur die Anhängerkarten benötigt werden. Oder es gibt Tunnels, für die es sein kann, dass man mehr Karten benötigt, als eigentlich auf dem Spielfeld abgebildet ist. Dann hat man als zweites bei dem Zug noch die Wahl, dass man Karten ausspielt und damit eine Strecke baut. Oder man baut einen Bahnhof, womit man dann Strecken von anderen Spielern mitbenutzen kann. Oder als vierte Alternative zieht man drei Zielkarten, wovon man mindestens eine behalten muss. Ja, wie gerade schon erwähnt, es gibt in der Europa-Version als Zusatz noch Bahnhöfe, die ich an Strecken von anderen Spielern setzen kann, wodurch ich deren Strecke mitnutzen kann. Wenn zum Beispiel eine einzelne Strecke gebaut wurde von einem Mitspieler, ich diese allerdings mitnutzen möchte, weil anderes würde mir einen riesen Umweg bescheren, kann ich diesen bauen. Dann gibt es noch Tunnels. Tunnels kann ich halt auch wieder mit der Farbe nutzen, wie ich möchte. Allerdings wird in dem Moment, wo ich baue, werden die drei obersten Karten vom Nachziehstapel aufgedeckt und sollte, ich sag mal, ich habe den Tunnel jetzt mit drei roten Karten bauen können und in den oberen drei Karten ist eine rote Karte mit dabei, müsste ich vier Karten nutzen, weil halt in diesen drei oberen Karten vom Ablagestapel eine rote Karte mit dabei war. Sprich, möchte man auf der ganz sicheren Seite sein, sollte man immer noch drei zusätzliche Farbkarten vorhalten oder sich sagen, oh schade, es hätte auch anders laufen können. Ja, das Spiel endet, sobald ein Spieler nur noch zwei oder weniger Waggons zur Verfügung hat. Dann darf jeder Spieler, inklusive der, der das Ende sozusagen eingeläutet hat, noch einmal spielen und dann ist das ganze Spiel schon vorbei.